hallo freunde heute sind wir in bamberg und es ist freitag und wir haben 29 grad celsius bamberg hat eine lange geschichte eine erste blüte zeit erlebte die stadt im mittelalter die stadt wird vom landkreis vollkommen eingeschlossen bamberg bietet zahlreiche bedeutende sehenswürdigkeit die altstadt mit dem bamberger dom ist als unesco weltkulturerbe geschützt wir sind hier am alten rathaus die sage nach wollte der bischof von bamberg den bürgern keinen platz für den bau eines rathauses gewähren deshalb rammten die bamberger pfähle in die regnitz und schufen eine künstliche insel auf der sie das gebäude errichtete in den untertiteln gibt es mehr informationen über bamberg so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Thank you 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020